Moin und willkommen zu einem neuen Tutorial zu Starbase. In diesem Tutorial reden wir ein bisschen über die Forschung. Wenn du komplett neu bist, dann empfehle ich dir den ultimativen Anfängerguide, sprich Tutorial Erste Schritte von meinem Kanal. Dort wird dir nämlich wirklich alles für den Anfang mit an die Hand gegeben. In diesem Tutorial geht es nur darum, den Forschungsbau ein bisschen besser kennenzulernen und ihn zu verstehen und eben auch Items zu craften. Ich sehe gerade hinten im Hintergrund, ist ein ziemlich schräger Typ. Naja, wie dem auch sei, bedeutet, wenn du über die Suche auf dieses Video gestoßen bist, weil du wirklich wissen wolltest, wie funktioniert der Forschungsbaum, schiebe ich hier jetzt mal oben rechts in die Ecke ein weißes Kärtchen mit einem Link zum Video. Lass uns loslegen. So viel ist es nämlich gar nicht. Ich befinde mich hier übrigens in der Easy Build Hall, welche sich auf der Station dort befindet. Und dieses Schild ist an der Außenseite zu lesen. Hierbei handelt es sich um die Easy Build Hall. Im Grunde genommen ist es nicht ganz so wichtig, nur hier haben wir den entscheidenden Vorteil, dass uns hier eine Werkbank zur Verfügung steht. Die brauchen wir nämlich. Wir gucken uns einmal kurz den Forschungsbaum an. Und dort sehen wir alle Objekte, die wir in Zukunft craften können. Die wollen nur freigeschaltet werden. Dazu muss man wissen, dass jedes Item, was hier in der Freischaltung wartet oder jede Gruppe, meistens sind es ja eher Gruppen, benötigt Forschungspunkte zum Aufdecken. Wenn man einen Maus-Ober macht in dem Pop-Up, sieht man sie unten rechts. Gut, hier flackert es gerade ein bisschen. Nehmen wir mal eins, was ich noch nicht erforscht habe. Und in diesem Fall benötigen wir 1000 Punkte von diesem kleinen Würfel und 4000 von dem kleinen Blitz. Ich habe mir mittlerweile schon angewöhnt, die zu betiteln. Das kann, glaube ich, jeder so machen, wie er möchte. Ich habe noch keine offiziellen Aufzeichnungen dazu gefunden, wie die Dinger wirklich heißen. Für mich selber habe ich die Bezeichnung festgelegt, Strukturpunkte, Elektropunkte, Schildpunkte und Mechanikpunkte. Einfach damit ich mich selber ein bisschen besser orientieren kann. Hier oben links sind übrigens die Punkte, die ihr bereits freigeschaltet habt. Vielleicht habt ihr ja schon welche freigeschaltet, ohne es zu wissen. Und wenn ihr ein Mouse-Over eben bei einem Item macht, welches ihr noch nicht freigeschaltet habt, seht ihr die Requirements bzw. die Anforderungen unten rechts in der Ecke. In diesem Fall 2000 Strukturpunkte und 3000 Elektropunkte. Wie kommt ihr jetzt an diese Punkte? Das ist ziemlich easy mit Craften. Hier unten rechts befindet sich der Hammer, das Crafting-Menü. Das ist der Hammer. So, und hier drin seht ihr alle Gegenstände, die ihr bisher herstellen könnt. Ich gehe nicht weiter auf den Zweck der Items ein, dafür mache ich noch ein gesondertes Video. Und zwar, wenn ihr jetzt hier als Beispiel oben links, habe ich wieder dieses Beispiel mit den vier Erzcontainern in dem Modul. Wenn ich dieses Ding jetzt herstelle, man sieht es bei einem Mouse-Over in dem Pop-Up auf mittlerer Höhe, würde ich dafür bekommen 171 Strukturpunkte, 32 Elektropunkte und 32 Mechanikpunkte. Bedeutet, wenn ich den herstelle, das kann ich aber machen, dann werden mir die Punkte danach gut geschrieben. Und wenn ich genug davon angesammelt habe, kann ich wiederum im Forschungsmenü mir die nächste Freischaltung leisten. Mehr ist das Ganze auch nicht. Man hat jetzt gerade unten rechts gesehen, dass mir die Punkte gut geschrieben worden sind. Das tauchte mal in so einem kleinen Pop-Up unten rechts auf. Alles, was ihr hier gecraftet habt, landet übrigens danach in eurem Stationscontainer und kann von euch an das Schiff angebaut werden. Wie gesagt, welches Teil, wo rankommt, in welchem Szenario verbaut wird, ist nicht Thema dieses Videos. Das werde ich in einem weiteren noch behandeln. Und mehr gibt es dazu auch gar nicht zu sagen. Das war schon das ganze Video. Ich glaube, ich habe über andere Sachen mehr gequatscht als über den eigentlichen Inhalt. Kurz und knackig, ganz kurzes Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und war vielleicht sogar nochmal hilfreich für die Leute, die es eben noch nicht ganz verstanden haben, wie das Prinzip funktioniert. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like auf das Video gebt. Schreibt gerne auch ein Abo auf den Kanal, denn werdet ihr nämlich auch in Zukunft benachrichtigt, wenn es hier mehr von solchen Videos gibt. Natürlich freue ich mich auch über jeden Kommentar. Wenn euch das Video nicht gefallen hat und ihr den Daumen runter drückt, schreibt mir bitte unten in die Kommentare, was euch nicht so gut gefallen hat. Dann kann ich vielleicht schauen, ob ich da was dran verändern oder noch arbeiten kann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht euch einen bunten, holt euch fruchtig. Bis zum nächsten Tutorial von Starbase. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.